Entscheidungen fallen dem leicht, der seine Werte kennt. Aber es gibt noch eine zweite wichtige Lehre. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Also kannst du dieses Rätsel lösen. Stell dir vor, du fährst in deinem Auto und es ist ein Zweisitzer. Da kann auch keiner mehr rein, nur zwei Personen. Und jetzt siehst du an einer Bushaltestelle drei Personen. Und du hast gesehen, dass der Bus soeben weggefahren ist und du weißt, weil du dich hier auskennst, dass der nächste Bus erst in vier Stunden kommt. Du siehst also jetzt diese drei Personen und du weißt, du kannst nur einen mitnehmen. Was würdest du tun? Wen würdest du mitnehmen? Erstens erkennst du einen alten Freund und der hat dir mal das Leben gerettet. Würdest du den mitnehmen? Zweitens erkennst du eine sterbende alte Frau, die unbedingt so schnell wie möglich Hilfe braucht. Würdest du die mitnehmen? Und drittens siehst du deine absolute Hammer-Traumfrau da stehen. Würdest du die mitnehmen? Was würdest du tun? Wen würdest du mitnehmen? Klar, das hat jetzt sehr viel mit deinen Werten zu tun. Bitte denk mal kurz darüber nach, bevor du dieses Video weiterschaust. Wen würdest du mitnehmen? Mach eine kurze Pause und denk nach. Okay, ich weiß nicht, wie du entschieden hast, aber es gibt eine ganz einfache Lösung, die dir vielleicht gefällt. Was hältst du davon, wenn du deinem Freund, der dir mal das Leben gerettet hat, den Autoschlüssel gibst? Also, du gibst ihm den Schlüssel und dann sagst du, hey, nimm mein Auto und bitte bring diese alte Frau so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Und dann bleibst du neben deiner Traumfrau an der Bushaltestelle stehen und jetzt hast du vier Stunden Zeit, sie kennenzulernen, bis der nächste Bus kommt. Es ist klar, wenn unsere Werte klar sind, fallen uns Entscheidungen leicht. Das Problem ist aber, dass wir sehr oft konkurrierende Werte sehr eng nebeneinander haben. Sagen wir mal, jemand möchte reich werden, aber auch viel Freizeit haben. Dann ist Freizeit ein Wert und reich sein ist auch ein Wert. Dann würde ich dir raten, bring diese beiden Werte auseinander. Denn eins und zwei eng zusammen, Freizeit, viel Freizeit und reich werden, das geht nicht. Du musst dich entscheiden, ob du zuerst reich werden willst, dann würdest du die Freizeit erstmal wegnehmen, um dann später viel Freiheit zu haben und Freizeit zu haben. Dann kannst du das Reichwerden wegnehmen, weil du es dann schon bist. Wenn du jetzt aber andererseits sofort viel Freizeit haben willst, dann ist klar, dann wirst du erstmal nicht reich. Also, Werte sind schon ganz wichtig und ich möchte dich auffordern, deine Werte einmal aufzuschreiben. Und ich kann dir eine ganz einfache Übung empfehlen und das ist die Übung mit den Karteikarten. Du schreibst also alle Werte einmal auf eine Liste. Sieh zu, dass es nicht mehr als zehn wird, sonst ist es so unübersichtlich. Hast also so zehn Werte, Freiheit, vielleicht Geld, vielleicht Familie, vielleicht Gesundheit, Liebe, was auch immer deine Werte sind, schreibst sie alle auf. Und dann schreibst du jeweils einen Wert auf eine Karteikarte. Und jetzt nimmst du eine Karte, auf der steht vielleicht Freiheit, eine weitere Karte, auf der steht vielleicht Liebe und da fragst du dich jetzt, was von beiden ist höher? Muss ich Liebe über Freiheit setzen oder Freiheit über Liebe? Und dann lässt du es so liegen. Und jetzt nimmst du die nächste Karte und da steht vielleicht Geld und da fragst du dich, wo muss ich die hinsetzen? Über Freiheit, zwischen Freiheit und Liebe oder unter Liebe? Und so baust du die alle nach und nach auf und dann weißt du genau, das ist im Moment meine Werte-Hierarchie. Und ich rate dir, dass du diese Übung wirklich einmal machst. Dir ist dann sehr viel leichter, eine bestimmte Entscheidung zu fällen. Denn Entscheidungen fallen dem leicht, der seine Werte kennt. Aber es gibt noch eine zweite wichtige Lehre. Die besten Lösungen, das ist die zweite Lehre aus diesem Rätsel, die besten Lösungen finden wir außerhalb der Box. Wenn wir außerhalb der Box denken. Und vielleicht kennst du dieses Beispiel. Du siehst hier neun Punkte und du müsstest die jetzt, diese neun Punkte, mit vier Strichen verbinden. Mit vier Strichen. Du darfst aber den Stift nicht absetzen. Versuch das doch mal, bevor ich dir die Lösung zeige. Versuch es einfach mal. Ich glaube, dann hast du Spaß, wenn du es schaffst. Vielleicht kennst du es auch schon. Also, die neun Punkte mit vier Strichen verbinden. So, jetzt sage ich dir die Lösung. Aber ich hoffe, dass du es erst einmal selber probiert hast. Hier siehst du die Lösung. Du musst also die Punkte verbinden. Aber dafür, damit du das schaffst, wenn du den Stift nicht absetzt, musst du raus aus der Box. Weißt du, wir müssen ganz oft unsere gedankliche Box verlassen. Wenn wir eine super Idee haben wollen. Wenn wir eine wirklich wichtige Entscheidung treffen wollen. Das ist so wie in dem Rätsel. Dem Freund den Autoschlüssel zu geben, damit er dann die alte Frau ins Krankenhaus fahren kann. Und du wartest dann mit deiner Traumfrau auf den Bus. Du weißt, was ich empfehle. Führe ein Ideenjournal. Das ist ein leeres Buch. Und da trägst du alle Ideen rein, die du so hast. Und Ideenjournale sind dazu da, dass wir wirklich jede noch so verrückte Idee da reinschreiben. Und wenn du jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen musst oder die Lösung für ein Problem suchst und dein Gehirn dir einfach keine Lösung liefert und du die Entscheidung nicht treffen willst, dann blätterst du einfach in deinem Ideenjournal. Und du wirst dich wundern, ein paar Stunden später oder mitten in der Nacht hast du plötzlich eine Idee. Und die ist höchstwahrscheinlich außerhalb der Box und die kann auch richtig, richtig gut sein. Warum? Wenn du in diesem Journal blätterst, gehen ganz viele Türen auf. Und zwar in einem ganz bestimmten Areal deines Gehirns, nämlich indem du außerhalb der Box denkst und kreative Ideen hast. Und wenn diese Türen offen sind, dann verbindet sich da was und auf einmal, bang, hast du aus dem Nichts gewissermaßen eine Idee. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Idee. Und ich sage dir, das ist nur eine Frage der Übung. Es ist eine Frage des Trainings. Vor allem ist es eine Frage der Gewohnheit. Bei mir ist es ein ganz festes Ritual, dass ich immer wieder in meinem Ideenjournal so ganz verrückte Ideen notiere. Die meisten werde ich nie umsetzen, das weiß ich. Aber diese Ideen öffnen ganz viele Türchen in meinem Kopf. Und plötzlich habe ich Zugang zu ganz außergewöhnlichen Ideen, wo ich sie dann auch wirklich brauche. Und weißt du was? Ich habe jetzt Ideen für die nächsten 60, 70 oder 100 Jahre. Jetzt sagst du vielleicht, hey, so alt wirst du gar nicht. Darauf kommt es auch gar nicht an. Wichtig ist, ich habe eine Fülle von Ideen und dadurch fühle ich mich unfassbar reich. Und dadurch fühle ich mich unfassbar frei. Ich kann unendlich viel machen. Und dieses Lebensgefühl wünsche ich auch dir. Weißt du, wenn ich alles das nicht mehr tun könnte, was ich jetzt tue, habe ich so viele Ideen, was ich machen könnte. Und das macht mich frei. Ich muss keine Angst haben. Und deswegen empfehle ich dir, nutze auch ein Ideen-Journal.